Eka-Padasana ist die Sammelbezeichnung für eine ganze Gruppe von Asanas. Eka heißt eins, Pada heißt Fuß, Eka-Padasana Einfußstellung. Zum einen ist Eka-Padasana für die Bezeichnung Einfuß hinter den Kopf bringen. Wird auch genannt Eka-Pada-Shirshasana. Die zweite Grundstellung für Eka-Padasana ist aus dem Liegen heraus ein Bein in die Luft heben. Eka-Padasana ist aber insbesondere die Bezeichnung für eine ganze Menge von Gleichgewichtsübungen. Eka-Padasana Einbeinstellungen spielen ja auch in der westlichen Physiotherapie, Krankengymnastik eine wichtige Rolle. Raffaella zeigt jetzt einfach einige Einbeinstellungen. Es gibt Eka-Padasana als Waage. Es gibt Eka-Padasana als Natarajasana, als die Tänzerstellung. Es gibt Eka-Padasana als Vrikshasana, als Baumstellung. Dann gibt es auch im Stehen ein Fuß hinter den Kopf oder es gibt auch im Stehen sich nach vorne beugen mit gebeugtem Knie. Eka-Padasana, also eigentlich Utita Eka-Padasana, also die stehenden Einfußstellungen sind sehr gut für das Nervensystem. Sie helfen dem Gleichgewicht, sie helfen Konzentration, sie helfen der Innervation des Gehirnes und der Muskeln und gehören deshalb für die Entwicklung der geistigen Kräfte wie auch für Gesundheit des Nervensystems eine wichtige Rolle. Jeder Mensch sollte jeden Tag mindestens einmal, besser zwei- oder dreimal eine Einbeinstellung machen. Das hilft langfristig, Gleichgewicht, geistige Kräfte und gesundes Nervensystem zu behalten. Vielen Dank.